Die Woche des Wassers mit Staatlich-Fachingen. Denn Wasser ist der Quell des Lebens. Hektik und Stress bestimmen oft unser Leben. Dazu sorgen ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung oft für eine hohe körperliche Belastung. Was auf der Strecke bleibt, ist dann unsere innere Balance. Um diese wiederzufinden, ist die richtige Ernährung entscheidend. Und Wasser spielt dabei eine zentrale Rolle. Durch seine Mineralien und Nährstoffe ist es unverzichtbar als inneres Wellnessprogramm, weiß Heiner Wolters, der Geschäftsführer von Staatlich-Fachingen. Eine ausgewogene Mineralisation mit einem natürlich hohen Gehalt an Hydrogencarbonat erhöht das persönliche Wohlbefinden. Es regt den Stoffwechsel an Magen und Darm. Es ist verdauungsfördernd, wie eine kleine Vitalkur von innen. Und Menschen trinken gerne und sollen auch viel trinken. Und wenn das dann noch Genuss macht, dann ist es besonders schön. Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser auf klassikradio.de Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser auf klassikradio.de Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser auf klassikradio.de Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser auf klassikradio.de Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser auf klassikradio.de Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser auf klassikradio.de Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser auf klassikradio.de Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser auf klassikradio.de Mehr Wissenswertes zur inneren Balance durch Wasser